Vorhang auf für die Eishockey-Weltmeisterschaft 2017. Die beginnt zwar erst am 5. Mai. Im Vorfeld präsentierte Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm aber heute schon einmal einen treuen Wegbegleiter des deutschen Teams, den WM-Bus. In 25 Tagen geht es los. Geschichtsträchtig ist dieses Turnier schon im Vorfeld. Denn zum ersten Mal überhaupt wird eine Eishockey-Weltmeisterschaft in zwei verschiedenen Ländern ausgetragen. Die Gastgeberstädte in diesem Jahr sind Köln und Paris. Und wenn so ein Turnier im eigenen Land stattfindet, dann ist es auch für den Bundestrainer etwas Besonderes. Wir haben lange genug geredet über die Heim-WM. Wir sind jetzt schon ein bisschen mittendrin in der Vorbereitung. Von daher zählen wir auch die Mannschaft und reden auch die Tage. Und wir freuen uns, wenn es dann endlich soweit ist. Wir werden morgen ein kurzes Trainingslager in Mannheim für drei Tage beginnen. Und dann geht es schon wieder weiter nach Weißrussland für zwei Spiele am Wochenende. Ab Weißrussland sind wir dann zu Hause. Wir werden in der dritten Aprilwoche in Nürnberg sein und Mannheim. Und dann in der letzten Woche, in der zweiten Woche, dann eben mit einem Spiel in Bietigheim und Ravensburg. Sturm ist optimistisch. Bei der WM 2016 machte sein Team den ersten Viertelfinaleinzug nach fünf Jahren perfekt. Die deutsche Nationalmannschaft kletterte daraufhin auf der Weltrangliste ein gutes Stück nach oben. Von Rang 13 auf Rang 10. Ausruhen darf sich das Team unter Markus Sturm aber nicht. Zwei Niederlagen in zwei Vorbereitungsspielen zeigen Verbesserungsbedarf. USA, Russland, Schweden. Auch der Blick auf die Gruppengegner der deutschen Mannschaft flößt Respekt ein. Ein großes Stück harte Arbeit. Wir wissen alle, dass mittlerweile nicht nur die großen Nationen, auch die vermutlich kleineren, auch wie Italien oder sonst irgendwas, dass sie auch Eisegespielen können. Und es wird nicht leicht für uns. Wir haben eine harte Gruppe. Wichtig ist erst einmal, dass wir wieder in das Level rankommen, wie letztes Jahr oder noch besser werden. Unser Fokus ist jetzt einmal die Vorbereitung und dann die USA. Wir haben schwere Brocken vor uns, gleich am Anfang. Von daher konzentrieren wir uns einfach jetzt einmal auf das erste Spiel. Aber sicher, wir wollen gutes, schönes, diszipliniertes Eisegespielen, vor allem zu Hause. Und hoffen auch mit einer tolle Unterstützung, dass man dann am Ende des Tages auch tolle Erfolge feiern kann. Münchner Nationalspieler werden den ersten Kracher gegen die USA auf dem Eis wahrscheinlich nicht miterleben. Denn der EHC Red Bull München steckt noch mitten in den Playoffs und hat gerade einmal das erste Spiel der Finalserie bestritten. Ich bin überzeugt. Ich bin überzeugt.